Guten Morgen zusammen, heute ist Dienstag, der 28. August und wir schauen wie jeden Handelstag auf ein paar Ideen und ich lade alle Live-Zuschauerinnen und Zuschauer auch ganz ganz herzlich dazu ein, wenn sie mögen mal zusammen mit mir einen Chart zu betrachten, dann scheuen sie sich nicht hier direkt im Chat auf Facebook, wo sie live zuschauen, den ein oder anderen Chart mal zu posten bzw. das Kürzel zu posten und da schauen wir sehr sehr gerne mal rein. Olaf, freue mich, dass du da bist, schönen guten Morgen, vor allem dich hier mal wieder live am Kanal zu haben, bevor wir das Ganze, auch Elena, schönen guten Morgen, bevor wir das Ganze wie immer live in den Charts betrachten, der obligatorische Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen, sie riskieren ihr investiertes Kapital zu verlieren und damit möchte ich gar nicht so viel Zeit mit der Vorrede benutzen. Wir schauen ja mal direkt rein in die Nachrichten für den heutigen Tag, ganz so viel ist es nicht. Wir bekommen heute um 16 Uhr mit der höchsten Relevanz, Sie sehen es hier, die Relevanz 3, ein Wert des Verbrauchervertrauens aus den USA, das CB, das Customer Board, Verbrauchervertrauen für den Monat August aus den USA, Prognose sind hier 126,8, im Vormonat waren es 127,4, wir werden sehen, was der Markt daraus macht, wie schon gesagt, um 16 Uhr, eine halbe Stunde nach Markteröffnung in den USA, wissen wir hier mehr. Es gibt etwas vorher um 14.30 Uhr, also vor dem offiziellen Handelsbeginn in den USA, gibt es die Warenhandelsbilanz für den Monat Juli aus den USA, auch hier eine Prognose, ein Rückgang von 68,6 Billionen, mal schauen, was daraus wird. Und wir bekommen am Nachmittag auch noch um 15 Uhr den, ja was haben wir hier, den S&P, CS HPI Composite, ein paar Informationen zu diesem Index und um 22.30 Uhr, also deutlich nach Börsenschluss in den USA, gibt es Informationen zum API-Rohöl-Lagerbestand, immer interessant, der Ölpreis ist ja momentan etwas angeschlagen von seinen Hochs, auch deutlich zurückgekommen, mal schauen, was wir hier erwarten können. Und damit würde ich sagen, gehen wir auch in die Charts, beziehungsweise in den Blog, was war am Montag los, wir gucken uns gleich mal an, hier kurz außer der Reihe, mal einen Blick auf den Lieblingsindex vieler deutscher Händler, hier den DAX 30, mal auf dem Tag gesehen, also schauen Sie sich mal diese Kerze an, gestern Morgen, als wir miteinander gesprochen hatten, dümbelte der DAX so in diesem Bereich hier unten zwischen 12.430, 40 und 12.490 rum, dann gab es auch gute Nachrichten noch aus der Ecke vom IFO-Geschäftsklimaindex, das hat den Markt dann doch deutlich beflügelt und nach oben geschoben, die US-Märkte haben dann am Nachmittag auch ordentlich Dampf gehabt, das heißt, da sind die Preise auch ganz gut angestiegen, wenn wir uns mal hier den S&P, beziehungsweise den Dow Jones anschauen, die Tageskerze von gestern hier, S&P 500, sieht nicht anders aus, Wahnsinnsschub nach oben und die Technologieaktien haben hier das Ganze natürlich auch mitgemacht, den Nasdaq hatten wir ja gestern auch beleuchtet, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt mal schauen, was hier oben kommt, nimmt der Markt das Ganze hier oben raus und bleibt sehr positiv, dann haben wir gute Chancen hier auf gute Kurssteigerung, auch wenn man jetzt nicht genau weiß, wohin, gerade im kurzfristigen Trading, da schaut man ja gerne mal auch auf Vortages hoch, wenn man im steigenden Markt ist, was der Markt dort abfußstücken kann, das hat jetzt hier alles gefehlt, da war man so ein bisschen darauf angewiesen, dass die gute Stimmung am Markt erhalten bleibt und das Ganze nach oben schiebt und das hat dann natürlich sehr, sehr gut gewirkt, zumal gestern auch noch die Nachricht kam, dass es zwischen den USA und Mexiko in neuen, also der Handelskonflikt sozusagen beigelegt werden oder wird oder ist, weiß ich nicht, ob er das ist, man wird sich zeigen, aber es gibt auf alle Fälle hier das Thema neues Abkommen mit Mexiko, das hat den Markt doch beruhigt, dass es keine Ausweitung dieses Konfliktes gibt und das hat den Markt dann natürlich auch beflügelt rund um den Globus Asien, hat hier auch nachgeholt in der Nacht, gucken wir uns mal den japanischen Index an, also die haben halt gestern ganz schön gut auch nach oben performt, hier, das ist die heutige Tageskerze, etwas verlust, aber es ist deutlich zu sehen, dass der Markt hier schön nach oben tendiert und das Ganze doch deutlich positiv entsprechend auch annimmt und damit würde ich sagen, gehen wir direkt auch mal in die Charts der heutigen Handelsideen rein, ich habe für Sie vorbereitet, Euro-Kan-Dollar, Neuseeland-Dollar, japanischen Yen und wir werfen mal wieder einen Blick auf den Chart von Gold und damit gehen wir direkt mal rein in den Euro-Kan-Dollar, wir starten wie immer hier im Tageschart, was ist hier mir entsprechend aufgefallen, Sie sehen hier im Bild entsprechend den Markt hier im Chart vom Kan-Dollar auf Tagesbasis innerhalb seines bestehenden Abwärtstrends. Sascha, einen schönen guten Morgen, fein Sie hier auch live dabei zu haben und auch Sie, die Einladung, wenn Sie mögen, können wir gerne den ein oder anderen Chart miteinander hier besprechen. So, nun zurück zum Euro-Kan-Dollar, also wir sehen hier, habe ich für Sie eingezeichnet, blau den bestehenden Abwärtstrend. Hier unten hat das ein Tief gefunden im Bereich um die Marke von 1,48,057. In diesem Drehrum war das Tief, danach hat ein deutlicher Kursanstieg entsprechend eingesetzt. Der Markt lief schön hoch, ist schön in die Korrektur hineingelaufen und hat hier oben diesen Bereich des Korrekturhochs, der letzten Korrektur um die 1,51,928 entsprechend hier mit rangenommen und wurde danach direkt auch abverkauft. Diese Kerze habe ich für Sie hier auch mal mit diesem Pfeil entsprechend markiert. Hier ist es jetzt spannend zu sehen, was passiert. Warum ist das Ganze spannend zu sehen? Auf der einen Seite obenrum, also übergeordnet, haben wir hier einen entstehenden oder einen bestehenden Abwärtstrend, wo der Markt einfach nicht rüber wollte. Wir sehen das hier auch, dass der Markt tagsüber immer mal hochgelaufen ist und dann wieder abverkauft wurde. Das ist ein Bild, ein ganz normales Bild, was wir hier innerhalb der Korrektur sehr, sehr häufig in den letzten Tagen auch gesehen haben. Und hier oben wurde die Luft dann halt deutlich dünner. Das haben wir gestern in der Tageskerze gesehen. Wenn Sie mal schauen, wie lang der obere Teil der Kerze ist, da dort entsprechend, das ist schon ganz, ganz ordentlich, was hier an Abverkauf wieder gekommen ist. An dieser Stelle gibt es jetzt selbstverständlich wie immer diese zwei Möglichkeiten. Im Sinne des Trendhandels wäre es jetzt so zu sehen, dass wir hier oben aus diesem Bereich rumdrehen und der Markt hier nach unten läuft. Das heißt, es würde sich entsprechend wieder eine Abwärtsdynamik entgeben, wenn der Markt das Ganze spielt. Er muss aber erst mal rumdrehen. Warum sage ich das so? Ich sage das aus einem Grund so. Wenn wir uns den Stundentrend mal anschauen, dann ist der Stundentrend momentan noch aufwärts gerichtet. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Markt, der Stück für Stück nach oben gelaufen ist, wo der Stundentrend allerdings auch noch intakt ist. Heißt also, die Stunde ist noch aufwärts gerichtet. Das kann also ganz gut passieren, dass die Stunde doch hier oben drüber läuft, über diesen Punkt, und dann das Ganze bricht. Das heißt, dann wäre dieser Abwärtstrend erst einmal gebrochen. Ob es danach einen neuen Aufwärtstrend gibt, muss man erst einmal sehen. Aber auf alle Fälle hier oben merkt man, die Luft wird dünn, aber der Stundentrend, die Korrektur ist auf alle Fälle noch nicht beendet. Das heißt, hier, um den Markt nach unten zu spielen, um diese tiefe Korrektur zu nutzen, um eine Bewegung in Richtung dieses aktuellen Trendtiefs hier zu finden, brauchen wir definitiv erst einmal die Umkehr. Das heißt, springen wir nicht hier oben drüber, sondern fallen wir ab, haben wir hier Tagestiefs vor uns liegen. Entsprechend, ich zeichne mal noch das Tagestief von gestern ein, hier unten dieses Tagestief, das wäre mal der erste Anlaufpunkt bei 1,51, 0,65, gefolgt dann hier unten. Sie sehen es, wir haben hier noch ein paar Tagestiefs liegen, die der Markt anlaufen kann, wenn er runterläuft. Das wären mal erste kurzfristige, mittelfristige Anlaufpunkte, wären dann hier dieser leichte Support um 1,48,937 und natürlich im Sinne der Trendfortsetzung hier unten die 1,48,057. Das mal die Abwärtsseite, wie schon gesagt, nach oben hin kann auch gebrochen werden, muss man sehen. Deswegen schauen wir uns hier einfach mal die Stunde an, um mal zu prüfen, was ist denn hier im Stundenchart auch passiert. Und da sehen Sie halt, die gesamte Korrektur ist hier in einem Aufwärtstrend nach oben gelaufen. Das sehen wir hier, sehr, sehr schön Trend für mich. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Also schön Stück für Stück nach oben geschoben. Und solange, wie das Ganze hier noch alles okay ist, ist alles im Aufwärtstrend in der Stunde befindlich. Das heißt, es gibt hier definitiv keine Anzeichen dafür, dass der Markt zurück will. Das heißt, dass wir hier entsprechend diesen Abwärtstrend weiter befeuern. Aber wenn es jetzt dazu kommt, dass wir hier unten dieses Tief rausnehmen, diese Marke hier unten, die wir hatten, dieses Korrekturtief, diesen Bereich hier unten, der jetzt hier als Support steht, nehmen wir den raus. Das heißt, das wäre die 1,51, 0,65. Dann haben wir gute Karten, dass der Markt anfängt, hier nach unten zu tendieren. Das wäre dann sozusagen das Bild, dass wir hier die Bewegung hatten, die erste Bewegung. Das, was wir jetzt sehen, wäre dann beispielsweise die Korrektur, wie weit auch immer die läuft. Sie sollte nicht hier oben drüber laufen, weil sonst wäre das Szenario weg. Da wäre ja eine Trendfortsetzung in der Stunde da. Und dann, wenn der Markt hier rumschlägt, dann hätten wir hier, wenn er hier unten drunter läuft, wie schon gesagt, den Abwärtstrend in der Stunde. Und das wäre dann ein erstes dynamisches Zeichen dafür, dass der Markt hier rumdreht und wieder in Richtung des übergeordneten Abwärtstrends auf Tagesbasis läuft. Also hier haben wir die Stellen, wo wir gerne mal den Fokus mit in den Markt hineinnehmen können, was wir dann entsprechend im Tagesschart zum Trade in Richtung des vorhandenen Trends nutzen können. Und Sie wissen, dass Trends, the trend is your friend. Ich schaue immer auf Trends. Das heißt, das ist auch ein Rat von mir an Ihrer Seite. Wenn Sie traden, wenn Sie die Charts auch beurteilen, schauen Sie immer, dass Sie am besten mit dem Trend gehen, um genau zu wissen, wo das Geld hinfließt. Ansonsten stehen Sie gegen den Markt. Und das tut halt oft weh, wenn das Ganze dann eruptisch oder erratisch plötzlich wieder in Trendrichtung läuft. Und man ist gegen den Trend auch unterwegs. Gut, also zurück in den Tag mit dem zweiten Währungspaar. Neuseeland-Dollar, japanischer Yen ist mir hier ins Auge gestochen. Auch hier sehen wir einen bestehenden Abwärtstrend. Das habe ich für Sie mal schön skizziert. Ich mache das Bild mal etwas größer, damit wir hier etwas mehr Chart-Historie auch sehen können in diesem Bereich. Wir sehen hier, ich habe das letzte Mal für Sie etwas genauer mit in den Chart skizziert. Wir sehen jetzt hier in der letzten Bewegung auch sehr, sehr schön, dass diese Trend förmlich nach unten gelaufen ist. Was ist hier jetzt im Markt zu sehen? Na klar, wir sehen hier die Korrektur des Ganzen. Wir haben hier unten im Bereich von 72,359 eine Art leichte Bodenbildung gehabt. Und dann hat sich hier ein Aufwärtstrend gebildet. Ich habe das hier mal in Magendar-Farben skizziert für Sie. Das ist der Trendverlauf innerhalb der Stunde. Das gucken wir uns dann auch gleich mal an. Was war für mich hier interessant? Interessant war und ist für mich die Situation, dass wir jetzt erst einmal Nummer 1 gute 50% dieser vorhergehenden Bewegung korrigiert haben. Das ist Nummer 1. Das ist also sehr, sehr schön und interessant zu sehen. Und wir hier oben momentan nicht so richtig mehr die Kraft haben, oben rauszukommen. Das heißt, der Markt ist hier über dieses Widerstandslevel von 74,171 drüber gelaufen und findet momentan nicht ganz so die Kraft, weiter nach oben zu laufen. Dieses Level hier war oder ist ein interessantes Level, weil dieses Level das Ausbruchslevel nach unten gewesen ist. Das heißt, an dieser Stelle hier, schauen Sie, hier war das Bewegungstief, dann gab es die Korrektur und hier hat sich entsprechend der Trend auch fortgesetzt. Auch mit guter Dynamik, weite Bewegung. Also alles sehr, sehr schön im Sinne des Trendhandels. Und jetzt sind wir halt in die Marke von 50% reingelaufen. Und da macht es Sinn, ab diesem Punkt auch Umkehrsignale mal etwas näher sich zu betrachten und zu beleuchten. Und deshalb schaue ich hier entsprechend auch in die Stunde rein, weil wir haben hier diesen starken, dynamischen Rutsch nach unten. Da konnte man wenig Trends sehen, aber hier die Stundentrends sind sehr, sehr gut zu sehen. Und da sehen wir, dass das Ganze auch nach oben läuft. Das heißt, hier gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Nummer eins, diese aktuelle Situation, diese Schwäche wird bestätigt. Der Markt fängt an zu fallen. Dann haben wir hier nach unten hin halt das Tagestief von gestern stehen, beziehungsweise hier dieses Trendtief aus der Stunde bei 73,707 als ersten Anlaufpunkt. Wenn der Trend sich entsprechend fortsetzt, ich muss jetzt hier nicht auf die X-Extremdetails eingehen, aber Sie sehen schon in der Planung, nach unten hin kann man sich etwas finden, wo man auch Gewinne mitnehmen kann, wenn der Markt hier runterläuft. Auf der Oberseite kann die Korrektur natürlich noch ein Stückchen weiter laufen. Wenn Sie das tun sollte, sind hier auch zwei Tageshochs in relativer Nähe. Hier, Sie sehen einmal das Tageshoch vom 9.8, das ist bei 74,843 und dann hier das Tagestief vom 8.8 bei 75,267 mal für das ganze kurzfristige, wenn der Markt hier doch weiter nach oben laufen sollte. Und auch hier, ich habe es ja skizziert, schauen wir einfach mal in die Stunde hinein, dieses Bild, um mal den Trendverlauf anzuschauen. Also hier schauen Sie sich mal, das ist der Trend, den ich hier angezeichnet habe. Auch hier sehen wir die Bewegungen und Korrekturen schön trendförmig nach unten laufen. Also alles voll in Ordnung. Und hier ist jetzt die Situation in der Stunde, wo ich sage, okay, hier sieht so ein kleines bisschen danach aus, dass der Markt doch momentan schwächelt und vielleicht wieder die Bewegung nach unten mit aufnimmt. Weshalb? Hier oben schauen Sie sich diesen Bereich an. Der Markt kommt hier oben nicht so richtig drüber, hat jetzt hier im Stundenschatten Doppeltop gebildet und geht dynamisch auch nach unten. Heißt halt, was wir hier sehen wollen oder was wir hier sehen können ist, wir haben jetzt hier Bewegung, wir hatten dann entsprechend jetzt eine Korrektur. die nach oben hin keine Lust mehr hatte, deutlich durchzustarten. Und wenn wir jetzt hier entsprechend auch nach unten laufen, dann haben wir wieder einen Abwärtstrend, der in Richtung des übergeordneten Abwärtstrends des Tages läuft. Das wäre schon mal eine gute Geschichte, um das Ganze hier entsprechend auch nach unten zu befolgen. Das heißt, da haben wir hier einen Abwärtstrend, der in Richtung des anderen Abwärtstrends des Tages läuft. Und das ist dann erst einmal ein gutes Anfangssignal. Wenn dann diese Marke hier unten von 73,707 auch noch genommen wird, ist dieser große Aufwärtstrend, den wir hier hatten, auch noch gebrochen. Das heißt, das wäre dann ein weiteres Signal dafür, dass wir hier wieder in Richtung nach unten laufen könnten. Und damit denke ich, gute Aussichten dafür, dass wir hier die Dynamik nach unten sehen, wenn der Markt tatsächlich rumtritt. Das wissen wir noch nicht. Das ist jetzt alles reine Mutmaßung, was ich Ihnen erzählt habe. Aber es ist nichts anderes als eine Handelsidee. Und wir machen ja mit diesen Ideen entsprechend am Ende das, was der Markt uns sagt. Und wenn der Markt halt das tut, was er uns hier sagt, wenn wir schön unter das Tagestief von gestern laufen, dann haben wir den Abwärtstrend in der Stunde. Und das wäre erst einmal ein gutes erstes Anzeichen dafür, dass der Markt hier wieder nach unten möchte. Und das funktioniert ja in aller Regel trendtechnisch auch relativ gut. Nicht umsonst wurde die DAU-Theorie aufgeschrieben und begründet. Und sehr, sehr viele Handelssignale gehen ja genau auf diese Strategie. Und mit diesen Worten dann rein in den Goldpreis. Der Goldmarkt an sich ein viel beobachteter Markt, ein viel beobachteter Rohstoff hier an dieser Stelle. Das Edelmetall immer wieder gut für den ein oder anderen Trade an dieser Stelle. Was haben wir hier momentan? Momentan hängt der Goldpreis hier in diesem Bereich zwischen diesen zwei Widerständen, Widerstandslevels irgendwo fest. Also zwischen den 12.000, Entschuldigen Sie, 1.206 und 1.217 Dollar. Da hängt der momentan, klemmt so ein bisschen weit drin. Übergeordnet, ich mache das Bild mal etwas kleiner hier an dieser Stelle. Übergeordnet haben wir weiterhin diesen bestehenden Abwärtstrend. Wie schon gesagt, dieser Trend, diese letzte Bewegung ist mittlerweile sehr, sehr weit und tief korrigiert. Es ist noch ein bisschen Luft, bis wir hier oben in diese Hochs reinlaufen. Also ein paar Dollar sind noch da, die hier nach oben hin zu holen werden für den ein oder anderen kurzfristigen Bereich. An dieser Stelle im Sinne des Trendhandels. Wir sind jetzt hier im Widerstandsbereich. Es ist ein starker Widerstand. Muss man einfach mal sehen, was hier passiert. Aber wir sehen hier, der Markt will jetzt nicht wirklich dynamisch nach oben. Das heißt, hier an dieser Stelle besteht schon die Chance, dass wir rumdrehen. Wenn wir dann rumdrehen, dann hätten wir hier natürlich wieder das Szenario offen, dass wir diese Trendfolge wieder aufnehmen. Das heißt, dass hier eine Bewegung entsprechend entsteht, die dann sich in Richtung 1.160 US-Dollar für die Fein und so Gold nach unten hin fortsetzt. Sollte der Markt allerdings doch an Stärke gewinnen, dann steht diese 1.217-Punkte-Marke im Raum, wird sie überschritten, haben wir hier oben zwei relativ naheliegende Punkte aus den Korrekturhochs, die wir hier nach unten hatten. Also das heißt, hier hat sich ja untergeordnet auch noch ein Trend gebildet. Dieser Bewegungstrend hier an dieser Stelle. Das sind erst einmal zwei Punkte, die nach oben hin angelaufen werden können. Das heißt, wir haben jetzt hier auf der Unterseite die Marke, wenn die Schwäche kommt, erst einmal das Tagestief von gestern hier. Dazu zoome ich nochmal etwas näher rein, dass wir das Ganze besser sehen können. Das heißt, das Tagestief von gestern, das haben wir hier, das ist die Marke von knapp 1.200 US-Dollar, die wir hier im Raum liegen haben. Wenn wir da wieder drunter laufen, dann haben wir schon ein Stück weit Abwärtsdynamik wieder da. Wenn wir uns das Ganze mal in der Stunde entsprechend anschauen, sehen Sie hier bereits die Situation. Wir haben Bewegung, wir haben hier nochmal kein neues Hoch, jetzt laufen wir wieder runter. Also es ist so ein Hin- und Hergetingel momentan und wenn sich der Markt entscheidet, nach unten zu laufen, haben wir halt erste Abwärtsdynamik da. Und wenn wir das Ganze hier entsprechend hier auch noch dann drunter laufen lassen, dann ist dieser Aufwärtstrend, dieser Schub hier erst einmal beendet. Und das wäre dann ein Zeichen, dass wir wieder Stück für Stück nach unten laufen können. Und da ist dann auch einiges an Raum entsprechend da hier bis zum ersten Unterstützungslevel bei 1.183 US-Dollar für die Feinunzer. Also das mal hier auf dieser Seite. Jetzt wird man sich fragen, okay, das war jetzt die Besprechung in Richtung des übergeordneten Abwärtstrends. Aber warum habe ich denn hier entsprechend nach oben hin auch noch ein paar Marken mit reingenommen? Das erklärt sich mit Blick in den Wochenchart. Wenn wir uns mal anschauen, wie weit und ohne Korrekturen hier die Bewegung in der Woche gelaufen ist. Also Sie sehen jetzt hier, ich habe mal den Wochenchart angemacht, US-Dollar, also XAU, USD Weekly. Da sehen wir hier eine stark weit gelaufene Bewegung nach unten und die kann schon auch mal dynamisch korrigiert werden. Wir haben ja immer mal auch Gegenbewegungen. Und wenn so eine Gegenbewegung auch ansetzt und dort etwas Dynamik in den Markt hineinkommt, dann wäre es nicht unwahrscheinlich, wenn wir einfach hier ein Stück weit oben was rausnehmen von dieser starken Bewegung nach oben korrigieren. Und da hätten wir dann entsprechend diese Anlaufpunkte hier. Und die stellen ja entsprechend hier auch die Wochenhochs dar, die wir hier in dem Chart sehen als Anlaufmarken in diesem Bereich. Das heißt, das wird sich alles entscheiden. Wenn man sich das ganze Woche und Tag anschaut, gibt es hier schon nach der weit gelaufenen Bewegung in diesem Abwärtstrend, den wir hier, oder diesen Abwärtsschub, den wir hier entsprechend auf Wochenbasis haben, die Möglichkeit, dass wir eine Korrektur sehen. Und deswegen habe ich das mal auf beiden Seiten beleuchtet, auf beiden Punkten. Wir müssen jetzt hier einfach nur schauen, was gemacht wird. Wenn wir das Ganze auf Tagesbasis uns anschauen und hier den Aufwärtstrend oder den Aufwärtsschub handeln, wir haben halt ein bisschen Potenzial nach oben da. Das wird sich jetzt hier um diesen Widerstandsbereich zwischen 1206 und 1217 US-Dollar für die Feindunse entsprechend entscheiden. Wenn es nach oben geht, dann können wir schon den ein oder anderen Schub nach oben erwischen, um ein paar Euro oder US-Dollar hier entsprechend auf dem Konto mitzuverdienen. Damit zurück in die Woche. Das heißt, das sind mal so die Punkte, die wir hier im Goldchart entsprechend auch mitziehen. So, jetzt schaue ich mal in den Chat hinein. Wir sehen jetzt hier oder ich sehe jetzt hier keine weiteren Fragen. Wenn Sie möglich, laden Sie wirklich ein. Posten Sie ruhig mal den ein oder anderen Wunschart. Ich bespreche das gerne mit Ihnen. Ansonsten möchte ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, für die Folge hier live im Webinar bedanken und natürlich auch bei all denen, die das Ganze im Nachgang schauen. In der Aufzeichnung haben wir ja immer im YouTube-Kanal von Tickmüll das Ganze. Wir lesen morgen früh wieder im Blog von Tickmüll. Wird natürlich hier auch auf Facebook direkt von mir auch gepostet, sobald das Ganze veröffentlicht wird. Und dann um 8.30 Uhr wieder live hier im Webinar heiße ich Sie auch ganz herzlich willkommen, um den Blick in die Märkte mit mir gemeinsam am Morgen zu bestreiten. Also allen einen schönen Handelstag. Sascha, vielen Dank für das Lob und gute Trades bis morgen. Ich freue mich drauf. Machen Sie es gut. Ihr, euer Mike Seidel.